Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Montag, dem 23. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1067. Heute mit den folgenden Themen. Tesla Bot, Frame.io, Plex, Duolingo, Cardano und Polkadot, Roboter, 70 Stunden und Wiedergabeliste. Ja, wir haben ein volles Programm zum Wochenstart. Das ist doch auch mal schön. Elon Musk hat am Tag der künstlichen Intelligenz in der letzten Woche etwas Neues vorgestellt. Und zwar möchte er ab dem kommenden Jahr 2023 einen sogenannten Tesla Bot vorstellen. Was ist das Ganze? Es ist ein menschlicher Roboter, der rumlaufen kann und so weiter und euch Arbeit abnehmen kann. Und zwar Arbeit, die euch nicht unbedingt liegt. Der Roboter ist 1,73, gross 57 Kilogramm schwer und hat acht Kameras um sich herum. Kann somit eigenständig und intelligent um sich herum gehen, 20 Kilogramm Gewicht tragen und sogar 58 Kilo anheben. Also ein Kilo mehr anheben, als er selber wiegt. Ich bin ja gespannt. Elon Musk, seine Ankündigungen sind immer sehr, sehr knapp und sehr optimistisch. Aber er hat schon vielfach überzeugt oder zumindest in Ansätzen. Mir gefällt einfach, was der junge Herr alles Mögliche angreift und überall irgendwas Neues und Besseres versucht zu machen. So sollten es doch mehr Menschen tun. Das würde einigen gut tun. Frame.io und Adobe, die spannen zusammen. Also genau gesagt, Adobe hat Frame.io gekauft. Warum haben die das getan? Ja, wenn man in grösseren Teams Videos bearbeitet und jeder so ein bisschen seinen Input gibt, dann muss man eine Plattform haben, wo man das austauschen kann. Adobe hat da rumgebastelt und sogar ich, der allein Videoschneider an mehreren Geräten, ist schon mehrfach über die Geschichte gestolpert. Das ist einfach mühsam und unschön. Könnte man deutlich besser machen, ja, wenn man es nicht selber machen kann oder genügend Geld auf der Seite hat, dann kauft man sich halt was dazu, zumindest ein Team und einen Dienst, der das kann. Und Frame.io ist eben ein solcher. Wie viel, das man dafür berappt hat, ist nicht bekannt oder besser gesagt, ist bekannt. 1,275 Milliarden US-Dollar sollen dafür geflossen sein. Na dann, bin ich doch gespannt. Aber ob ich bis dann noch bei Adobe bin, ist die andere Frage. Plex, die Medienwiedergabe-Software, mit der man eigene Medien im Netzwerk wiedergeben kann, die bekommt nächstens ein neues und moderneres Layout verpasst. Es soll nicht mehr ein Einheitslook sein, der dann immer wieder mal mit dem einen oder anderen Film oder Medieninhalt aneckt. Nein, die einzelnen Medien oder gestalterischeren Dinge zu dem jeweiligen Film sollen besser mit dem, was rundherum ist, ineinander fliessen. Und somit soll das Ganze ein bisschen lebendiger werden. Die ersten Bilder dazu schauen schon mal sehr interessant aus. Ich freue mich schon, wenn ich das Update anschmeissen kann und meine Plex-Datenbank dann ein bisschen moderner daherkommt. Eine Neuigkeit, auf die ich mich riesig gefreut habe. Nämlich damals, als Apple die Familienabos eingeführt hat. Wo man dann auch, wenn es der Entwickler erlaubt, ein Abo, das man abschließt, nicht nur allein nutzen kann, sondern mit der gesamten Familie. Also bei Apple ist das für sechs Personen nutzen kann. Und etwas, wo ich dann sehr enttäuscht war, aber es auch verstanden habe, ist das Sprachsoftwaren. Also Sprachlernsoftwaren, wie zum Beispiel Duolingo, nicht auf den Zug aufspringen wollten. Die Nutzer haben es immer wieder gefordert. Unter anderem auch ich. Und ja, jetzt ist es hier. Das 120-Fränkige Abo. Nicht im Monat, keine Angst. Pro Jahr soll das Ganze kosten. Muss einmalig bezahlt werden, nicht monatlich. Und so können sechs Personen gleichzeitig Sprachen lernen. Jetzt werden wir das definitiv auch machen, denn wir wollten es damals schon tun. Aber jeder so viel zu bezahlen, das war einfach zu heftig für das Ganze. Dann gibt es Neuigkeiten von der Schweizer Fintech App You. Die PostFinance und die Swissquote, die zusammengespannt haben mit dem jungen Angebot. Da gibt es zwei neue Kryptowährungen zum Handeln. Das eine ist Cardano, wird hier über die Schweiz gehandelt. Und das andere ist die App Polkadot. Ne, die ist diejenige, die über die Schweiz gehandelt wird. Genau, so umgeht es, glaube ich. Auf jeden Fall zwei interessante neue Kryptowährungen. Die erste, Cardano, die ist seit sie drin ist, auch schon sehr steil am Abgehen. Wer also gleich investiert hat, hat sicherlich nichts verkehrt gemacht, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und bitte, ich mache hier keine Finanzberatung, ganz wichtig, müsst ihr selber entscheiden und schauen, was ihr da machen könnt. Auf jeden Fall sehr spannendes Gebiet, wie ich finde. Dann geht es weiter mit einem kleinen Roboter. Und der ist nicht so gross wie der von Elon Musk. In genaue genommen viel kleiner, dafür magnetisch, können Menschen mit Diabetes bald vielleicht schon schlucken. Und dann gibt die kleine Kapsel, der kleine Roboter im Bauch drin, das jeweilige Isolin frei, so wie man es gerade braucht. Kommuniziert mit dem Smartphone dafür. Und somit dann habt ihr die Daten auch immer im Blick. Und was passiert, wenn man ihn nachfüllen muss? Ne, ihr müsst ihn nicht nach vorne oder hinten wieder zurückgeben. Das geht relativ einfach. Ihr schluckt einfach ein Nachfüllbeutelchen quasi, das sich dann da unten andockt per Magnet, den jeweiligen Roboter damit versorgt. Und dann kann er wieder ausgeschieden werden. Vom Prinzip her finde ich das ganz toll. Ich kenne genügend Menschen mit Diabetes, die sich täglich spritzen dürfen oder solche Apparate am Arm oder sonst wo kleben haben. Und das wäre sicherlich eine einfache Lösung, wenn es dann natürlich sauber funktioniert. Schon spannend, was die Technik hier alles möglich macht. Dann gibt es in Deutschland eine Studie von der Postbank. Die haben herausgefunden oder herausgefragt, dass Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 in Deutschland 70 Stunden pro Woche im Netz verbringen. Im Netz verbringen, das heisst in der meisten Zeit am Smartphone. Männliche Jugendliche zwischendurch auch vermehrt am Desktop-PC. Weibliche Jugendliche eher weniger. Dafür deutlich mehr am Smartphone. Ein paar Zahlen dazu gibt es im Blogpost nachzulesen, den wir auf daily.geektalk.ca und oder im Podcast euer Vertrauens verlinkt haben. Konkrete Zahlen sind übrigens, Mädchen nutzen das Smartphone 49,7 Stunden, Jungen 38,1. Alles andere könnt ihr wie gesagt nachschauen. Wenn ihr die Folge nochmals anhören möchtet oder nicht ganz zu Ende hört, Man kann jetzt neu auch im Web beim Google Podcast Catcher, obwohl es nicht wirklich ein Podcatcher, aber bei der Google Podcast Software gibt es jetzt auch im Browser die Wiedergabeliste. Was ein bisschen verwirrend ist, denn auf dem Smartphone, auf Android und auf iOS heisst das Teil Aktivitäten. Oder waren es Aktivitäten? Ich glaube Aktivitäten. Genau, und eben im Browser heisst es Wiedergabeliste. Auf jeden Fall gemeint ist das Gleiche. Ihr könnt euch so mehrere Episoden zurechtlegen und dann spielt eine nach der anderen ab. Das ist schon mal ein kleines Plus, wie ich finde. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr startet gut in den Tag. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.